So, willkommen zurück zu Can't Drive This und jetzt will ich Joschas Guild sehen. Do it! Ich will ein neues Auto. Genau, wir gucken uns mal an. Wir haben jetzt eben schon mal rumspielt. Home-Explosion, mein Love-Buzz. Der hat aber nicht so eine gute Kurvenlage, deshalb vielleicht was... Gibt's noch? Ein Formel-1-Wagen? Oder einen Monster-Truck? Gib mir mal einen Formel-1-Wagen. Das war ja so klar. Klar, aber natürlich... Willst du ihn so entpicken mit Space Invaders und einem Stopp-Stift hinbekommen? Ja, klar. Okay, super. Das ging schnell. Ja. Dann lass uns doch mal anfangen. Ja, die 1000 müssen fallen. Jenny hat bisher alle Highscores aufgestellt. Ach man, diese Jenny. Das geht immer geradeaus. Ja. Immer geradeaus. In Achtung, da kommt eine Kugel und dann geht's links. Links oder rechts? Links, okay. Oh, zu meinen... Das war mir da noch schade. Sorry. Hab ich versucht. Eine zu Frühlingsabgebogen. Abgebiegen. Deutschlehrer, ne? Wer kennt das nicht? Abgebiegen immer geradeaus. Oh, meine Schüler kennen das. Und links. Ja, ja, ich versuch's gerade langsam anzugehen. Und rechts. Und links. Ah, reingeblieben. Ach so, rechts-Links-Kurven sind auch fies, ey. Und geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus. Ja, das wär mega, jetzt sind wir uns warten. Okay, jetzt geht erstmal nur geradeaus. Ja, das muss man nicht sagen. Wir nur wissen, wann eine Windmüll... Nein! Das Ding wär interessant gewesen zu wissen. Windmüll und die scheiß Feuerringe. Okay. Und sonst nur links oder rechts. Links. Und dann geradeaus. Geradeaus. Ah, ich wollte eigentlich nach rechts abbiegen. Geht noch, geht noch. Ist noch heiß, ist noch heiß, ist noch heiß, ist noch heiß. Der geht weit, der geht weit, der geht weit, der geht weit. Nein, volles... Nein, wie gemein. Gänge, Alter. Wär ich noch durchgekommen. Okay. Nochmal. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Schumacher. Achtung, Windmühle. Ich zieh durch. Danach so ein scheiß Drehding. Komm durch, komm durch. Und deine Rechtskurve. Oh, scheiße, die hab ich verkackt. Kommst du da rüber? Nee. Nicht so. Ich hab oben rechts zu spät gesehen. Schade, gut eigentlich durchgehört. Das, das... Flavinia. So, links. Und dann rechts. Und dann rechts. Nein, links, 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 links. Okay, aber ist okay, ist okay. Wo, 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 links. Links, rechts. Nichts, der fahr gerade aus. Jetzt baust du mir da... Ja, ich hab dir... Ich komm noch, 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 ich bau gerade aus. Gerade aus. Fuck, die Bimmel da. Nein, gerade aus. Nein. Was, ist noch heiß? Ich kann nichts bauen. Ist noch heiß. Ich hab schon überall was hingebaut, würde ich mal. Weil ich nicht wusste, du links, rechts, links, rechts, rechts, gerade aus. Immer geradeaus. Ja, ja. Und dann links. Da kannst du rüber springen. Und dann kommst rechts. Und Achtung, Feuerring. Und noch ein Feuerring. Na, ich hätte da rechts was gebraucht. Ja, dann sag was. Ja, sorry, war ich auch zu langsam. So. Und links. Links, rechts, Kurve. Und dann geht es erst mal nur geradeaus. Und dann... Da geht weit, da geht weit. Genau, da gibt es eine Kurve. Und dann rechts lang vielleicht. Geradeaus. Links. Oh scheiße, geradeaus. Mach geradeaus. Kommt man wieder rüber? Kommt man über diese Insel rüber? Nein, die sind ja... Du musst ja drum rumbauen. Ja, hab ich versucht. Da kam kein Teil dafür. Dein Wundernis quasi. Geh geradeaus. Immer geradeaus. Und dann links. Achtung, da ist so ein Pfeiltür. Da musst du schnell rüber. Das ist ja scheiß Pfeiltür. Ja, das ist so. Ich versuch's gerade immer langsam zu machen. Die wollen das nicht. Okay. Nee, man soll nehmen. Und links, Kurve. Oh, jetzt brauche ich mit Speed. Oh shit. Du musst jetzt links abbiegen. Nein. Shit, ich war zu langsam. Ich hab versucht, das Teil so zu tun, dass du da rüber springen kannst. Weil ich meine, das ist so ein schönes, klares Tuchwieswasser. Ja, da will jeder drinne ersaufen. Dann wollen wir eins fahren. Ja, besser als in. Achtung, Kugel. Wow, hier sind überall irgendwie die Pappkartons. Der geht weit. Ja. Oh. Schadig. Fast. Fast. Fast nochmal. Erkunden. Da geht noch was. Da geht was. Klar. Geradeaus. Gebt Gas. Oh, links. Und dann rechts. Nein, sag ich mal links, rechts. Links, rechts. Und dann rechts. Es geht irgendwie immer nur geradeaus. Oh. Ich will ich ins Wasser-Ding rein. Okay. Brauchen wir rückwärts. Rückwärts. Rückwärts ist voll schwer. Jetzt vorwärts. Ja. Ja. Und da ist Minusmeter. Ja, das wollte ich wissen, ob man wirklich ins Minus kann. Und links. Nee, rechts. Habe ich geschafft. Habe ich geschafft. Habe ich geschafft. Du sagst einfach, nö, rechts. Nee, ich war irgendwie rechts. Verdammt. Und dann? Ja, entscheide dich doch. Ja, so schnell bin ich nicht. Geradeaus. Geradeaus. Muss. Boah. Und dann geht's links oder geradeaus. Warte, ich komme da noch rüber. Ich komme jetzt rechts, rechts, jetzt geradeaus. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Der geht weiter. Eee. Oh, da kam der scheiß Windmühler. Mann. Dann wäre ich, wäre dagegen alles gegengeballert. Okay. Jetzt geht geradeaus, mein lieber Freund. Ja. Und jetzt kommt erst Feuer und dann zwei so ne scheiß Drehlinger. Ich gucke mal. Und dann geht's links. Ah. Ich komme nicht über diese 500 mehr. Mal. Geradeaus geht's. Und dann links. Du hast gerade über die Leaderboards eingeguckt. Ich glaube, die besten haben. Dann rechts. Oder links. Wie nachdem. Rechts. Ich habe extra beide Seiten gebaut. Ja, rechts wäre besser gewesen. Ich war zu lahm einfach. Leaderboards. Dein besten hat irgendwie 40 noch als 1000, ey. Die was? Die besten. Online in den Leaderboards. Achso. Was wir uns gerade angesehen haben vor drei Minuten. Rechts, bitte. Ja, rechts. Hab ich. Das Problem ist, ich komme damit zu. Nee, das kriege ich nicht hin. Man nimmt mir diese scheiß Ecke mit, ey. Ja, ich weiß, Leute. Ihr wollt ja nie wiedersehen, ne? Lieber geiler. Nee, vielleicht baue ich auch scheiße, aber. Ja, das wird's auch. Links. Rechts. Hoch. Und schnell, schnell, schnell. Und links. Nein, nicht. Das ist so eine Falltür. Schnell da. Komm durch. Ja, das ist so krass, ey, ne? Mit dem Speed. Wir müssen mal. Jetzt hab ich Jenny neulich gezeigt. Ja, machen wir weiter. Die Öffnungssequenz von Baby Driver. Die ersten sechs Minuten. Vom feinsten Verfolgungsjagd. Ich hab eben Baby Driver anstatt Baby Links Driver verstanden. Links, rechts? Ja. Das musst du mir sagen, wo es dann weitergeht. Und immer geradeaus. Okay. Rechts, 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 rechts. Ach, egal. War eh zu schwer. Aber bester Run bis jetzt. Ja. Komm schon, ich will tausend schaffen. Es gibt Videos von den ersten sechs Minuten von der Öffnungssequenz aus dem Film. Das ist großartig. Oh, ich seh nichts links. Shit, ich nicht. Oh, da können wir nicht mal rüber. Aber du kannst dann, man kann so rüber springen, wenn man einen Pogen am Steigen umfährt. Außerdem bist du an der Ecke hängen geblieben, hab ich genau gesehen. Und ich war an der Wand gestorben. Ich seh nix. Ich auch nicht. Na, rechts, 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 ja. Oh. Schade. Oh Gott, man drehe sich den Mund frusselig, ne? Ja. Und links und geradeaus und rechts und hoch und dann wieder rechts und dann musst du auf den Feierring aufpassen. Ja, ich baue dir geradeaus, war es weiter. Nein, das war so gut. Nein, das war so gut. Ich habe so schnell reagiert, was du gemacht hast. Ja, gefühl. Weil du müsste mich nicht so lang gefahren, wo ich gebaut hatte. Was war doch genau die Strecke? Also immer, wenn ich da war, war dann eine Strecke. Nein! Konzentration bitte auf den ruhigen Plätzen. Der Trailer war super. Zwei Minuten spät. Mal weiter geradeaus. Achtung, Windmühle. Ja, ich versuche einfach links oder rechts wegzufliegen. Aber dir wischst du nicht. Scheiß Windmühle müssen wir. Rampe into Windmühle ist hart. Geht einfach nicht. Und dann fliegst du mal oben rein. Und Linkskurve. Und dann rechts. Und Achtung, Feuer links. Und dann links. Und dann geradeaus. Rechts. Ja, okay, habe ich. Nein! Oh, scheiße, aber da kam nichts anderes. Warte. Kannst du mich doch ändern? Ja, kann ich. Fuck, 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 fuck. Ich fahre sehe nichts. Ich fahre geradeaus. Shit. Nein, warum bist du denn da hingewiesen? Wieder nicht. Da habe ich rückwärts gefahren, wenn ich sehe doch nichts, würde ich rückwärts fahre. Achso, ich dachte, du fährst vorwärts und hier lang. Das ging nicht. Ich konnte nicht. Ich fahre rückwärts. So bin ich einfach weitergefahren. Oh, man. Ich habe da extra was hingebaut. Wir sind nicht schlechter, wir sind ein bisschen glücklos. Links. Shit. Wir müssen nach unten. Weiter bauen. Okay. Oh, scheiße. Ich habe es verkackt. Sorry. Warte. Dann fahr einfach genau andersrum. Wo geht denn das so? Hier. Bauen wir da was. Hab ich. Das ist scheiße Windmühle, ey. Nein, warte. Da kann ich nicht mehr. Wir haben ne 95 Meter, aber wir sind hin und her gefahren. Wir haben was gesehen, war die Landschaft nicht schön oder so. Wir haben uns vor allen Dingen gedreht. Oh, das Ding wird nicht zu viel. Wo bist du? Siehst du, dass es gerade aus weiter gleibt? Gerade, gerade, gerade. Ich mach geradeaus. Und Bündmühle, shit. Und dann geht es rechts. Rechts. Okay. Und links, ja. Und jetzt rechts oder links? Rechts. Und links? Und dann rechts. Sag was. Rechts, 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 ja. Und dann links. Nein, ich hab keinen. Doch, links, rechts, ich hab keinen Stein mehr, Mann. Ich hatte keinen Stein. Aber auch nicht schlecht. Nein, nur 160. Oh, not bad, okay. Aber jetzt noch elf Minuten. Okay, da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Da geht noch was. Schalalala. Gas. Und dann links. Nein. Missklick. Geradeaus. Und dann rechts. Dann immer geradeaus. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohh nein ich habe schade ja okay das war mein erster 900 und links rechts war dann rechts oder links hier durch ja ich fahre links rechts links jetzt geradeaus würde ich gerne ach du jetzt geht es links ach man diese scheiße ist okay ja ist okay ich bin durch bin durch dann geradeaus dann links und dann rechts und dann geradeaus und dann rechts gut nein das war ein guter war ja super Achtung feuerring und dann geht es links nach dem feuerring ja ich wollte zu schnell links ich war schon wollte beim feuerring links abbiegen hättest du machen können hättest du nur ein bullen müssen oh nein ich habe mich verraut links rechts und gas nein ich habe es nicht gesehen ja ich war auch schon langsam nach der kurve und dieser anfang der ist so laut in den ohren ich sehe nichts ich auch nicht oder wenig und links nach oben wo bist du keine ahnung komm runter ich komm runter ich komm runter wo warst du denn bitte ganz weit ich habe das gesehen wir haben sie wie hast du justin hingekriegt genau krieg ich dafür keine meter wieso kriegen wir dafür keine achievement 300 m nach oben links rechts okay auch du hast es zu lange überlegt in welch Richtung geschehen wenn du am anfang ist es fast Es ist unmöglich, rechts nach rechts zu gehen mit der Kurve, weil wir dann so... Ja, wir gehen ja immer nach links. So, und dann hoch. Ah, zu eng genommen. Aha, wir sind schon gewohnt als Tiere. Wir fahren nämlich immer nach links. Ja, im Zweifel links. Wir müssen mal wieder eine Runde fliegen. Und rechts. Ja, du sollst vielleicht den geneigten Zugschwürmer erklären, was du damit meinst. Ja, wollte ich, aber ich hab dir erst gesagt, bis es lang geht. Waste of Sun haben wir früher mal gespielt. Wie die Bekloppten. Und immer weiter, geradeaus, weiter, geradeaus. Und dann geht's weiter, geradeaus. Und weiter, geradeaus. Ja, wenn ihm das hier gefallen hat... Wenn das hier gefallen hat, den lege ich unser Race the Sun Video. Ich glaube, da gibt's ein oder zwei Videos auf dem Kanal. Ja, es gibt vor allem den Mega-Rekord. Ans Herz. Ja, aber bei den Quatschen, glaube ich, das ist nur das Race-Video. Wow, 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 wow. Und dann links. Und, ja, und geradeaus, geradeaus, geradeaus. Kannst du mir da was hinbauen? Zu spät. Ach, schon. Dann standst du es mir im Arsch. Ja, ich werde euch auch nicht hinkommen. Linken wir mal am Ende von dieser Folge, Race the Sun. Nicht gut. Das ist ein... Links. Und dann rechts. Unglaubliches Suchspiel lange Zeit schon gewesen. Links. Ja, schütter. Ich hatte den Stein schon andersrum. Du sagst einfach links, ich hab rechts gebaut. Ich wollte da einparken. Come on, ich stelle jetzt das Rekord abbrechen. Was ist denn los, Ende? Nee. Bei Race the Sun hältst du auch den Rekord, Mann. Ja. Glaub ich. Ja, das ist super, ne? Oder das... Nee, ich, glaube ich. Nee, du hast einen... Und dann haben wir nie wieder gespielt. Warte. Weil ein gewisser Joscha keine Lust mehr hatte. Es ist nämlich typisch. Ich hatte Ewigkeiten-Rekorde. Ich glaube, ich hatte die fünf oder sechs vorher. Du hast die alle da vorne, dann habe ich eine aufgeschüttet. Und dann hast du einmal, weil ja die perfekte Zwischenflieg-Welt kam. Mann, die Kackkurve, Alter. Okay, warte. Ja. Okay. Ich bin ready für die letzten, sagen wir noch drei. Okay. Und immer geradeaus. Und dann geht's links. Und dann geht's rechts. Und dann kommt ein Feuerring. Und dann kommt so ein scheiß Dreh-Dich-Teil. Nein! Ja, ich hab ja... Nein, 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 nein. Oh, ich bin durch, ich bin durch. Ja, ich brauche weiter geradeaus. Und dann geht's in eine Linkskurve. Nein, zu weit links. Aber ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Rechts. Geradeaus, geradeaus. Und immer geradeaus. Und dann rechts. Und dann links. Ja, genau. Ich hab geguckt, wie du fährst. Nein! Schade. Ich hab doch schnell gesehen, dass du entbleibst. Und da fängst du gleich. Okay, aber er war nicht schlecht. Okay, noch zwei. Ja, man muss noch gucken, wie der andere fährt dabei. Man darf nicht nur bauen. Ja. Das ist total schwer. Ja, weil man einmal, wenn man quasi einmal in eine Richtung unterwegs ist, kann man ganz schwer... Und jetzt musst du schnell. Ganz schnell, gib ganz viel Gas. Ja. Okay. Last one. Rematch. Und los. Josch, ja. Josch, ja. Jetzt ist vorher konzentriert. Links. Und dann rechts. Dann immer geradeaus. Woho. Dann kommt so ein scheiß Feuerteil. Links, rechts? Ja. Und dann wieder geradeaus. Ja. Wenn man geradeaus... Gebt Vollgas, genau. Und Achtung, wird wieder. Nein! 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 Ja! Ja! Sehr gut. Ich hab schon gesehen, dass wir ihn hatten. Geil, okay. Mann, aber der letzte Scheißstein, ey. Okay. Du bist in dem Stein gebacken, ne? Ja, ich war oben drauf. Ja, weil du bist ja so geflogen und deswegen dachte ich, du schaffst das rüber. Ja, da hat mich gebremst. Schade, da wärst du noch ein Weitergang. Aber auch schwer, weil dann hätte ich eine Kurve mit volles wie diese Kurve kriegen müssen. Sehr gut. Nice. Okay, perfekt. Ja, sag mal Bescheid so, ob es euch gefallen hat oder so. Ansonsten guckt ihr noch eine Runde Race to Sun oder sagt, nee, was sonst scheiß. Ich deabonniere das jetzt. Ja, oder guckt weiter euer Europa-Universales ohne Wertung. Nein, ich find's auch sehr spannend. Bestes Spiel der Zeiten. Ich find's auch selten. Ja, aber nur, das ist sehr langweilig. Dafür spiele ich zu viel. Und deshalb bieten wir hier auch Alternativen an. Was heißt Alternativen, also? Ich würde sagen, wir würden Strategiemonster schlechthin versuchen hier mal andere Sachen auch zu bieten und das ist ja eh der Plan, ne? Ja, großer, großer, bunter Topf. Jetzt haben wir mal reingegriffen und das hier gefunden. Das macht super Spaß, also auch gerade mit Freunden und mal auch zu Hause an einem PC ist ja auch super. Man kann's auch alleine spielen. Ist wahrscheinlich super schwer. Ich sag ja am Anfang mal, ich hab versucht, am Anfang mit der linken Hand auf der Tastatur zu fahren. Bitte macht es noch ein Bild. Auf der rechten Hand, okay. Als Ende sehen Sie jetzt bitte einmal. Joscha. Ich alleine. Fail into. Das würde ich einfach machen. Oh Gott, da muss man... Na ja, man fährt dann nur rechts, glaube ich. Ja, los. Geradeaus. Und immer die Spur halten. Haha. Na ja, da muss man so hin und her gucken. Gar nicht so scheiße, oder? Das war nicht scheiße, ne? Okay. Nee, wie gesagt, wir greifen immer mal wieder rein, finden so kleine Dinge. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran. Gerne auch Empfehlungen, wenn ihr mal sowas sagt. Hey, das ist voll cool, das muss man sich mal angucken. Her damit. Na, und ich wünsche allen Leuten schon mal viel Spaß nächste Woche auf der Gamescom, die da sind. Dieses Jahr wird das erste Jahr, wo ich nicht da bin. Dieses Jahr wird das 29. Jahr meines Lebens, in dem ich nicht da bin. Und Joscha ist natürlich schon 35. Nicht. Tschüss. Tschüss.